das erste was die menschen von dir wahrnehmen wenn sie den computer einschalten ist dein bild nicht der erste satz nicht das schlaue was du dir überlegt hast zur anmoderation sondern in den ersten 20 sekunden wenn sie dich sehen deinen hintergrund wahrnehmen wahrnehmen wie du wirkst entscheiden sie sympathisch oder vielleicht nicht so sympathisch mein name ist christian romert und ich freue mich dass ich bei bikablo online essentials dir wichtige tipps geben kann wie du den virtuellen raum so gestaltest dass die teilnehmerinnen und teilnehmer sich willkommen zu hause inspiriert und sicher fühlen wir sprechen also über das ganze technische setup was nötig ist um eine gute konferenz zu gestalten und dich gut ins bild zu setzen ich freue mich drauf dich zu sehen und ich freue mich drauf dich dort kennenzulernen